ja hallo und herzlich willkommen zum vorgezogenen form update ich müsste mal nachgucken wann ich das letzte gemacht habe ich glaube das ist schon ein monat her ja vorgezogen deswegen weil ich eigentlich vor hatte dieses update erst zu machen irgendwann ende des jahres nachdem ich wirklich noch mal gut fett abgebaut habe und ja gleich vorweg das form update wo ich meine form zeige wird hinten dran geben weil meine freundin jetzt eben schon weg musste deswegen haben wir das jetzt eben schon gefilmt wenn ich jetzt einiges doppelt sage dann entschuldigt das bitte aber vielleicht ja ich weiß ich habe aktuell bin zufrieden mit der form aber gleichzeitig bin ich auch sehr traurig weil ich mir vorgenommen hatte ja die beste form eines lebens zu erreichen und ich weiß das lief gerade so super dass da wäre noch einiges mehr drin gewesen ich habe mich heute schon gewogen ich noch 99 1 halb kilo so vom gefühl hätte ich gesagt deutlich weniger also es hat mich positiv gestimmt dass ich bei der form jetzt noch so viel auf die waage bringe und ja vorgezogen deswegen gestern war der letzte tag wo ich noch trainieren durfte ab heute gilt wieder 2g im gym das heißt leute wie ich sind da nicht mehr erwünscht oder ihnen ist es verboten zu trainieren und ja ich möchte noch mal ganz kurz die gelegenheit nutzen revue passieren zu lassen ich war im anfang des jahres so april bei 87 kilo kann man auch hier noch nachsehen das war mein erstes form update glaube ich und ich war wirklich sehr abgemagert acht monate ohne training ohne vernünftige ernährung und so weiter ich war wirklich ich wüsste nicht wann ich mal so wenig gewogen habe wirklich man sieht dass ich verspindel dürr und jetzt nachschreiben wir november ich bin auf 99 1 halb kilo hoch habe wahrscheinlich so weiß ich nicht zehn kilo muskeln wahrscheinlich aufgebaut wieder was echt gut funktioniert hat ich habe immer probiert das training zu optimieren an den schwachstellen zu arbeiten was wirklich gut funktioniert hat ich war auch super motiviert habe immer fast durchgezogen die tage wo ich keinen bock hatte zu trainieren die kann ich an einer hand abzählen und vielleicht noch mal ganz kurz zu den gründen warum ich damals vor ja deutlich über 15 jahre trainiere ich schon und es kam damals so durch zufall ich war hatte gerade als jugendlicher immer so ein spannungs kopfschmerz ich hatte oft rückenschmerzen wo auch etwas ausgerenkt und so weiter und ich bin dann durch zufall damals über meine mutter zum krafttraining gekommen dass es da so ein promo monat im gym in meiner heimat gab und ich habe gemerkt das macht mir richtig spaß ich habe schnell erfolge erzielt und ich habe gemerkt die kopfschmerzen werden besser bzw ich habe immer seltener kopfschmerzen dem rücken meiner haltung und so weiter tut es gut und bis heute muss ich sagen außer vielleicht wenn man so viel nicht so viel trinke versehltem korr kommt habe ich eigentlich nie mit kopfschmerzen probleme das kenne ich gar nicht mehr und ich merke einfach wie mir dieser sport gut tut wie ich ihn lieben gelernt habe und wir auch beim körper ja gut auf andere sportliche aktivitäten quasi vorbereitet beziehungsweise wie ich mehr power bei allen anderen sportdaten habe und ja für mich ist bodybuilding fitness krafttraining wie so ein weiß nicht wie andere ihr ihre yoga machen meditieren ist das für mich der weg den kopf mal frei zu bekommen und ja mich ganz auf mich auf meinen körper zu konzentrieren und wenn ich das jetzt wieder nicht habe weiß ich das wird wieder eine sehr schwere zeit das war eine sehr schlimme zeit letztes jahr wo ich nicht trainieren konnte man hat es körperlich gesehen und natürlich auch psychisch und ich hoffe dass das nicht wieder so wird aber ja ich habe es schon oder habe zu einem end was man später sieht gesagt ich habe jetzt ein paar sachen hier fürs home gym aber die motivation ist halt einfach nicht mehr so stark hier für mich zu trainieren wo ich schon weiß ich kann den körperlichen verfall einfach nur langsamer machen ein bisschen aufhalten und ich habe die hoffnung dass diese 2g regel nicht ganz so lange gilt und ich bald wieder trainieren darf aber ja eigentlich bin ich doch nicht optimistisch wenn ich so drüber nachdenke auf jeden fall wollte ich ganz kurz sagen wie ich jetzt zuletzt trainiert und mich ernährt habe ich habe einfach beim training genau das gleiche gemacht ich habe immer noch probiert die schwachstellen in fokus zu nehmen ich habe muss ich dazu sagen kein bock auf irgendwelche diäten meine mein essen abzuwiegen und so weiter ich bin da eher wie den bequemen weg oder sagen wir für mich der mir leicht fällt ich habe einfach die fastenzeit verlängert ich habe meist so ab zwischen 18 und 20 stunden nichts gegessen immer auf nüchtern magen trainiert habe dann meine erste mahlzeit nach dem training zu mir genommen nachdem ich auch noch in der sauna war das waren 300 gramm haferflocken 70 gramm way paar kerne nüsse und so weiter beeren dann habe ich meist so drei dreieinhalb stunden später so meine hauptmahlzeit zu mir genommen und da habe ich auch nicht großartig darauf geachtet auf kalorien und so weiter ich habe einfach so 100 120 gramm reis gegessen oder halt die adäquate vergleichbare kartoffeln dinkelnudeln und so weiter ordentliches stück fleisch oder meist fisch dazu gemüse obst und so weiter und manchmal habe ich abends dann noch mal so ein schädchen mit cornflakes und way zu mir genommen wenn ich gemerkt habe ich habe schon noch deutlich hunger aber meist habe ich nur so über fünf sechs stunden gegessen dann wieder gefastet das hat wirklich super gut funktioniert ich glaube auch dass ich nicht viel muskeln verloren habe und man sieht es hoffentlich einigermaßen im form update was gleich folgt dass man schon ganz gut auch mittlerweile ein bisschen teilung in den beinen erkennt dass der bauch freier ist und so weiter und muss sagen ja was jetzt eigentlich war es ja mein plan weiterhin noch fett zu verlieren das wäre auch glaube ich kein problem gewesen das lief einfach richtig gut bis zum heutigen tag ja ich weiß allerdings nicht ob es schlau ist jetzt weiterhin so ein kaloriendefizit zu fahren wenn das training nicht mehr stimmt und ich habe halt auch angst einfach wieder zu viel muskeln zu verlieren deswegen sehe ich im prinzip zwei möglichkeiten entweder ja ich probiere so gut ich kann hier im home gym weiter zu trainieren probieren noch ein weiter fett abzubauen wobei ich halt denke wenn der muskelreiz nicht mehr stimmt den ich definitiv hier nicht so setzen kann mit meinen gegebenen mitteln wie im fitnessstudio das ist vielleicht kommen wir zum zweiten zweite möglichkeit einfach wieder richtig viel esse vielleicht auch in kauf nehme wieder dicker zu werden aber dafür vielleicht weniger muskeln verlieren aktuell tendiere ich dazu zweimal pro woche zu joggen an drei tagen pro woche hier so eine art push pull beine zu machen beziehungsweise vielleicht doch mal ein vierer split also ja rücken brust schultern beine wobei ich nicht weiß wie ich überhaupt beine trainieren soll ich habe keine ablage für kniebeugen also eine hantel ablage für kniebeugen da muss ich mal schauen ob ich einfach es schaffe die lange hand auf den rücken auf die städte in nacken zu legen und dann probiere einfach durchs volumen den reiz zu setzen ja wie gesagt ich bin gerade nicht besonders gut gelaunt ich merke wie mir das zu schaffen mag ich habe auch heute nacht schon wieder nicht gut geschlafen wo ich da schon längere zeit keine probleme mehr mit hatte aber ja ich habe große angst dass das wird wie letztes jahr wo ich weiß nicht vielleicht sind es wieder paar monate wo ich nicht trainieren kann und alles was ich mir jetzt hart erarbeitet habe was ich am muskeln aufgebaut habe ja ich will nicht sagen war für die katz aber also wie gesagt da würde ich mir vielleicht über eine rückmeldung von erfahreneren athleten die auch vielleicht schon häufiger diäten gemacht haben die vielleicht auch im home gym trainieren wie gesagt ich glaube wenn ich wirklich das trainingspensum hier im home gym durchziehe wie ich es auch im gym gemacht habe dann kann ich wahrscheinlich sehr lange dem verfall entgegenwirken aber die motivation die motivation ist einfach nicht so hoch und ja wie gesagt deswegen ich bin zufrieden mit dem erreichten aber dieser gedanke da wäre noch viel mehr drin gewesen der ist gerade stärker ja wie gesagt ich werde probieren mich sich so gut sich ganz zu motivieren aber naja es wird mir schwer fallen es wird mir sehr sehr schwer fallen und ja jetzt im anschluss gibt es das wie gesagt dass das das video der form dass wir gerade schon abgefilmt haben und ja mal schauen ob ich vielleicht noch mal ein kurzes also eigentlich denke ich mir das war es jetzt erstmal mit videos weil ich merke meine motivation auch dahingehend ist sehr sehr im keller ich werde denke ich diese woche mal nicht ein bisschen ran tasten was hier im home gym so möglich ist und ja vielleicht noch ganz kurz weil ja meine motivation diese videos immer gemacht zu haben war ich habe viele sachen in videos verarbeitet ich wollte einfach mal zeigen man kann auch ohne ausgeklügelte ernährung ohne das training perfekt zu gestalten einfach ja wenn man schon einiges beachtet dass es auch im fortgeschrittenen alter ohne steroide und so weiter möglich ist eine gute form hinzubekommen und ich denke viel muskulöser als ich es jetzt bin möchten die meisten gar nicht sein und das war eigentlich nur meine motivation mal zu zeigen ey auch mit 39 jahren ist noch eine menge möglich man braucht nicht diesen ganzen kram den irgendwelche influenza euch andrehen wollen ja das war so meine motivation und auch natürlich für mich viel zu lernen wenn ich meine videos geguckt habe meine auch übungsausführung angeschaut habe wo ich jetzt auch teilweise denke wie hast du denn am anpasst das hast du vor einem halben jahr noch für einen quatsch gemacht und das ist ja auch irgendwie das schöne an dem sport man entwickelt sich immer weiter man findet immer noch übungen die einem besser liegen wo man progress mit macht immer wieder das training hinterfragen umstellen neue sachen man lernt nie aus und ja jetzt habe ich mich so ein bisschen im gequatsche verloren das soll soweit gewesen sein und ja viel spaß mit dem form video jetzt ja also ich habe mich gerade seit einem monat oder so mal wieder gewogen müsste ich jetzt nachgucken wann das letzte form update war 99,5 kilo ich muss sagen ich hatte mit deutlich weniger gerechnet und ja also ich habe halt viel an meiner brust gearbeitet die hat zwei tage pro trainingszyklus bekommen insbesondere hier so der obere bereich da bin ich ganz mit zufrieden und ja bauchmuskeln sind auch wieder ein bisschen freier geworden sägemuskeln andere seite ja schulter habe ich auch dran gearbeitet hintere schulter insbesondere sieht man das ganz gut so mit den den fasern ja und wie gesagt ich weiß das ist noch nicht mach mal lieber von da so ich kann jetzt einigermaßen mein rücken anspannen den latissimus wie gesagt da kannst du mir vielleicht mal ein paar tipps geben da habe ich immer noch so meine probleme ja wie soll ich als neugier da tipps geben naja sieht man den latissimus jetzt ganz gut ist da schön rausgestellt auch der trapez da habe ich dann gearbeitet und der rückenstrecke erst aber massiv den habe ich natürlich jetzt gestern noch mal trainiert ja das sieht man ja ganz ganz extrem naja dann habe ich an den armen gearbeitet hier so dieser lange trizeps kopf ich finde der kommt jetzt schon so langsam da habe ich gar nicht viel für gemacht und ich habe auch angefangen diesen bizeps peak ein bisschen zu trainieren einfach mit einem geraden griff okay gehen wir mal bitte noch mal zurück ein bisschen ich probiere mal so diese von vorne ich weiß ich habe das nicht so drauf okay beine beine also ich finde so langsam sieht man ein bisschen so eine teilung ganz ganz leicht in ansätzen das sieht sehr gut aus so ja immer schön auf spannende ich habe auch adduktoren viel trainiert ich mache mal die wade vielleicht musst du ein bisschen weiter weg gehen und die kamera auch gerade halten wie gesagt ich habe halt immer probiert den schwachen trizeps kopf in den fokus zu rücken ja mach mal bitte noch mal ganz also wie gesagt ich muss jetzt leider dieses form zeigen vorziehen das was ihr jetzt vor dem video gesehen habt nehme ich jetzt gleich erst auf entschuldigung aber mein kameramann kamera frau muss leider jetzt weg deswegen haben wir das schnell vorgezogen das andere kann ich alleine machen und naja was sie noch sagen wollte was sie noch sagen wollte eigentlich war es mein plan dieses form update erst in vielen vielen wochen zu zeigen weil ich noch viel weiter machen wollte ich wollte noch so hier dieses letzte das letzte fett hier quasi runterkriegen insbesondere auch am hintern und den oberschenkeln aber ja ich werde es wahrscheinlich schon eingangs erwähnt haben gestern war der letzte tag wo ich trainieren durfte ab heute sind die gyms für mich wieder geschlossen und ja inwieweit ich meine motivation aufrecht erhalten werden werde können das steht in den stern ich habe jetzt ja hier so ein kleines homegym kannst ja mal drauf halten langhantel kurzhantel hantelbank und so weiter glimtzugstande trx aber ja ich weiß wenn ich nicht mehr 100 oder nahe an 100 prozent rankomme wird es nur in der frage wahrscheinlich der zeit sein bis ich keinen bock mehr drauf habe und ja ich bin sehr sehr traurig weil ich vorhatte die beste form meines lebens zu erreichen und ja ich würde sagen das ist nicht weit von letztem jahr entfernt und ich hoffe die gyms bleiben nicht lange für ungeimpfte geschlossen und ich kann wieder trainieren und ja inwieweit ich jetzt weiter noch videos machen werde weiß ich noch nicht und ja das soll es soweit gewesen sein